Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch die besten Drogerie-Produkte aus dem Februar. Der Februar war kurz, die Drogerie-Produkt-Liste war lang und ich zeige euch heute meine absoluten Favoriten. Einige kennt ihr schon, die ein oder anderen vielleicht noch nicht, weil ich sie für mich ein bisschen länger ausgetestet habe. Und ich habe selbstverständlich spannende Techniken für euch. Deswegen hoffe ich, dass ihr darauf Lust habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen auffeitern kann. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das wird im Moment immer ganz gerne vergessen, denn ich zeige euch die besten und günstigsten Produkte, neben ab und zu auch teureren Produkten, damit ihr wirklich nur die Dinge kauft, die sich wirklich lohnen. Ich würde vorschlagen, wir hüpfen direkt ins Video und starten. Da ich mich betriebsbedingt im Moment ein bisschen interner mit Skincare und Inhaltsstoffen auskenne, habe ich so ein paar Skincare-Produkte mit reingenommen, die ich für mich gerade in den Alltag sehr, sehr gerne integriere. Das erste Produkt ist so ein Skincare-Hybrid. Das ist von Catrice. Das ist das Youth Lip Serum. 3% Vegan Kollagen. Ich glaube, das kam in diesem Sortiment mit neu dazu und das ist ein Dupe. Mir fällt aber nicht mehr ein, wie es genau heißt. Ich meine, das war von Fenty und das ist nicht dieses Pauzickel-Ding, sondern das ist wie so ein Lippenpflegestift, der sich aber wie so ein leichter Film auf die Lippen legt. Das ist ganz, ganz verrückt. Meine Lippen sind im Moment, wie alles an mir, extrem trocken. Das Wetter ist, glaube ich, im Moment für mich ganz, ganz schwierig und irgendwas passiert gerade mit meinem Körper. Ich glaube, dass ich jetzt langsam endlich wieder gesund werde und ich das Gefühl habe, dass ich mich wie so eine Schlange heute einmal und auch meine Lippen sind sehr trocken und dafür benutze ich das total gerne. Das kommt in so einer klassischen Catrice-Skincare-Verpackung und hat einen ganz spannenden Applikator. Der ist ähnlich wie die Liquid Lipstick-Applikatoren, aber schaut euch das mal bitte kurz an. Das gleitet richtig über die Lippen und legt sich wie so ein Pflegefilm drauf, ohne dass du siehst, dass du was drauf hast. Also es wird nicht so speckig wie beispielsweise ein Labello oder hier Kaufmanns-Haut- und-Kindercreme für Popo, Lippen, Augen, Arme, Hunde, Katzen, Häuser. Sehr, 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 sehr schön und das benutze ich total gerne unter Liquid Lipsticks. Wenn ich mein Make-up anfange, mache ich das erst drauf, funktioniert auch sehr, sehr gut unter den Augen, habt ihr nicht von mir, wenn ihr so super trockene Fältchen unter den Augen habt. Das rutscht nicht, das bleibt wirklich da und das zieht richtig schön ein. Große, große, große Empfehlung und ich blende es euch, ich habe es euch eingeblendet, ein Jupe zu dem Fenty-Ding. Ich habe das leider nicht mehr, aber ich habe das aufgebraucht und mochte das total gerne. Für meine Haut wollte ich euch noch ein paar andere Sachen zeigen, unter anderem die größte Empfehlung, mittlerweile ist es tatsächlich die zweite Flasche. Das ist das L'Oreal Paris Revitalift Anti-UV Fluid, Lichtschutzfaktor 50+. Das hat recht gute Bewertungen, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Also das ist, ich habe es euch gesagt schon und jetzt, gut anderthalb Monate später, kann ich auch nochmal eine Langzeit-Review dazu geben. Das ist für mich aktuell der beste Sonnenschutz in der Drogerie. Was mir sofort aufgefallen ist, ich habe jetzt wirklich gerade mal anderthalb Monate, jeden Tag, jeden Tag Lichtschutzfaktor benutzt. Sonst habe ich mal, immer nur wenn ich raus, ich gehe nicht so oft raus. Ich treffe mich nicht mit Freunden, because es gibt keine, ich verbringe keine, nicht viel Zeit draußen, außer im Garten. Und wenn dann sowieso mit Lichtschutzfaktor und Mütze und am besten noch alles verdeckt. Das ist sehr, sehr gut und ich habe das Gefühl, dass meine Haut wesentlich ebener geworden ist. Natürlich die Kombination aus Reinigung, Retinol und Lichtschutzfaktor, mega Kombi. Beste, beste Creme, die ich finde auch für empfindliche Haut ganz gut funktioniert, weil sie sich nicht so abpillt. Also du kannst sehr, sehr viel davon benutzen. Deswegen ist es auch schon die zweite Flasche. Du kannst sehr viel davon benutzen, ohne dass diese kleinen Würstchen entstehen. Und ich habe, und das ist sehr, sehr selten bei mir, keine Unterlagerung bekommen. Deswegen große Empfehlung. Ich habe etwas gesehen bei TikTok. Und TikTok, vielleicht wenn ihr wollt, mache ich darüber nochmal ein Video. Ich bin total abgegessen mit TikTok-Beauty-Influencerinnen. Es nervt mich. Ich kann es nicht mehr sehen. Jeden Tag wird irgendjemand anderen exposed. Jeden Tag erzählt irgendjemand einen anderen Quatsch. Und am besten finde ich, habe ich gesehen, Charlotte Tilbury hat neue Blushes rausgebracht. Habe ich auch, zeige ich euch bei TikTok. Da machen die noch nicht mehr, sie haben noch nicht mehr das Produkt auf dem Gesicht. Oh my goodness. Ja, Schätzchen, für 150.000 Euro würde ich auch Atemnot kriegen. Finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich da, glaube ich, gerade so ein bisschen anti, was diese TikTok-Beauty-Gurus angeht. Ich habe aber einen TikTok gesehen. Und das war nicht von ihr selber, sondern von irgendeinem Make-Up-Artisten. Und der hat gesagt, diese Valeda Skinfood-Creme. Freunde der Sonne, wenn ihr kein Problem mit Tochtstoffen habt und ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt oder ihr aussehen wollt, als wärt ihr drenched in Öl. Get it. Das ist eine ganz, ganz spannende Creme. Ich habe damit jetzt schon wirklich alles probiert einzucremen und es hat an allen Stellen gut funktioniert. Meine Füße sind weich. Meine, hier, meine kleinen trockenen Knisperfinger sind weich. Meine Haut im Gesicht ist mega krass. Ich benutze das als letzten Step abends nach meiner Skincare-Routine und als ersten Step in mein Make-Up. Und das ist ein Game-Changer. Was ich damit mache, ist, ich mische mir da Foundation rein, weil ich dieses Super-Wet-Skin liebe. Ich nehme eine kleine Menge, es reicht wirklich eine kleine Menge morgens, weil die ist sehr, sehr reichhaltig. Also du siehst wirklich aus, die zieht nicht ein, die ein bisschen vielleicht, die liegt wirklich auf der Haut und die ist schwer. Aber ich liebe das. Du siehst aus. Wenn du 13 Stunden, weiß ich nicht, nach Timbuktu fliegst, nimm diese Creme, weil deine Haut wird kein bisschen Feuchtigkeit verlieren. Es kommt aber auch nichts mehr rein. Deswegen als letzten Schritt abends. Ich mische mir da ein bisschen Foundation mit rein. Und das ist Tatsache das Tinted Serum von Catrice. Ich liebe das. Das ist für den Preis eine der besten Foundations, die ich finde, die es aktuell gerade gibt. Und es hat eine schöne, leichte Deckkraft. Ist mir Tatsache aber doch an manchen Stellen immer ein bisschen zu trocken. Gerade hier um den Bart oder um die Nase, wenn ich so ein bisschen schnuppi bin. Ich nehme die Creme auf die Hand und ich lasse die auch einen Moment auf der Haut, dass die richtig schön warm wird. Und verteile die und erhöhe damit die Oberfläche. Und ich muss sagen, ich liebe den Duft. Und das riecht einfach nach Spa, es riecht nach Sauna. Ich kann euch gar nicht sagen, wo nach es riecht. Es riecht so ein bisschen nach Zitronengras vielleicht. Ich mag das total gerne. Und das ist auch eines der ersten Produkte aus so einer Naturkosmetik-Richtung, die ich sehr, sehr gut finde. Und dann gebe ich ein bisschen was von dem Tinted Serum mit drauf und mische das sehr, 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 sehr gut. Weil wir hier zwei verschiedene Texturen haben. Einmal wasserbasiert und einmal ölbasiert. Beziehungsweise Linanolbasiert. Und mische und mische und mische. Richtig, richtig fest mit richtig schönen Druck. Und habe wie so eine BB-Cream. Und dann der Heck in Kombination dazu. Weiß ich nicht, warum ich es vorher noch nie gemacht habe. Ein Puderpinsel. Einen richtig schönen, fluffigen Puderpinsel. Der nimmt nämlich nicht zu viel Produkt auf. Und dann einfach über die Haut gehen. Das ist nichts für euch Mäuse, wenn ihr eine hohe Deckkraft haben wollt. Aber wenn ihr so einen Hauch an Farbe haben wollt und gar nicht so unbedingt auf dieses Make-up-Make-up steht. Selbst wenn ihr diese Valeda Creme nicht benutzt, ist das der Shit. Und vor allen Dingen, durch diesen Puderpinsel trägst du halt sehr gleichmäßig wenig Produkt auf. Ich finde das für mich immer so ein bisschen schwierig. Ich habe ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Skin-Tints und Produkte, die so ein bisschen leichter sind. Weil ich das eigentlich ganz gerne mag. Mir fehlt aber Tatsache immer ein bisschen schwer, Produkt damit aufzutragen. Ohne, dass es an einer Stelle zu viel ist und an einer Stelle zu wenig. Und dann packst du an die Stelle wieder mehr, wo es zu wenig war. Und dann ist es da aber wieder zu viel. Und dann hast du am Ende trotzdem eine Huda Beauty Faux Filter Foundation auf dem Gesicht. Und das will ich halt nicht. Und in Kombination mit so einem Puderpinsel kannst du das wie mit so einer Airbrush-Maschine auf die Haut tragen. Das ist so natürlich. Wenn ihr eine sehr, sehr trockene Haut habt, würde ich das Ganze auch gar nicht setten. Ich würde es einfach so lassen, weil es jetzt wirklich als sehr, sehr selten vorkommende Situation so aussieht, als hätte ich nichts im Gesicht. Ich habe jetzt Tatsache gerade gar keine Rötungen gehabt. Aber diese Dinger von Elf sind genial. Ich nehme jetzt mal ein bisschen von dem rosanen Color-Corrector. Ich habe den ja in allen Farben. Das ist ein Game-Changer. Also, da habe ich Kommentare gekriegt. Ist doch klar, schon mal was von Farblehre gehört. Ich habe gesagt, ja, Mäuschen, natürlich habe ich schon mal was von Farblehre gehört. Aber nicht jeder weiß, was Farblehre ist. Und mein Job ist es doch, den Leuten zu erklären, was Farblehre ist, die es nicht wissen. Am Ende, aber im Moment ist es das, was ich euch gesagt habe. Und deswegen, ich habe neulich auch eine ganz süße Nachricht auf Instagram bekommen, dass jemand das Gefühl hatte, dass ich mich so ein bisschen zurückziehe. Ich würde nicht sagen zurückziehe, aber ich probiere einfach so ein bisschen weniger Fläche zu bieten, angreifbar zu sein, weil ich im Moment einfach echt das Gefühl habe, dass man es auf mich abgesehen hat. Ich habe jetzt ein bisschen Concealer mit reingemischt. Die Color-Corrector sind wirklich gut. Die sind sehr, 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 sehr leicht. Mein Favorit ist tatsächlich immer noch der Blaue, weil ihr damit einfach eine Menge Geld spart. Du mischst dir das in deine Foundation, wenn sie zu gelb ist oder wenn sie farblich nicht passt. Das kannst du übrigens mit allen machen. Also wenn eine Foundation zu rot ist, machst du dir ein bisschen grün mit rein. Schaut euch einfach das Farbrad an. Aber die funktionieren sehr, sehr gut. Die sind sehr leicht und sehr natürlich auf der Haut. Und dafür mag ich sie super, super gerne. Und für 5 Euro, ganz ehrlich, ist ein Go. Während alles richtig schön in meinem Gesicht aufwärmt, wollte ich das hier benutzen. Das ist von L'Occitane. L'Occitane ist jetzt nicht die klassische Drogeriemarke. Das Ding kostet aber weniger als 10 Euro. Das ist eigentlich ein Lippenstift. Der hat so einen Kern mit drin. Das mag ich total gerne, weil so ein bisschen Pflege noch mit drin ist. Ich habe den in der Farbe 10. 010. Rouge the Fruit Fruity Lipstick. Der ist auch sehr gelig. Also das ist kein super pigmentierter Blush oder kein super pigmentierter Lippenstift, sondern... Oh, jetzt hat Foundation mit drauf. Sondern eigentlich eher nur so ein Lip Tint, der ein bisschen Farbe auf die Lippen gibt. In Kombination mit der Haut mag ich das aber total gerne. Und ich mische mir das auch mit einem Puderpinsel. Also ich liebe im Moment Puderpinsel. Schaut mal. Ganz, 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 ganz zart. Und hat so einen Hauch an Frische mit im Gesicht. Und das ist so ein bisschen inspiriert, muss ich dazu sagen. Für diese neue Skintechnik hat mich Tatsache Bella. Ich habe neulich eine Story von ihr gesehen und sie sieht immer so natürlich aus. Und das finde ich echt spannend, weil sie auch einfach wenig Produkte benutzt. Und hättet ihr jemals gedacht, dass ich das tue? Ich glaube nicht. Also sehr, sehr gut. Auf den Lippen ist der auch schön. Da will ich aber gleich was anderes auftragen. Ich mag diese Kombination aus diesem Zarten und Frischen sehr, sehr gerne. Für meine Haut, ich weiß, es ist wieder sehr, sehr glowy. Aber es sind ja meine Favoriten und ihr kennt mich mittlerweile. Das Vibrant Vibes Puder von Rivalazmi. Vielleicht findet ihr das noch in den Restposten oder so. Ihr braucht das. Wenn ihr auf Glow steht, braucht ihr das. Entweder komplett all over the face. Also wirklich als Setting Powder. Es ist halt im Prinzip, es ist ein Highlighter, der aber nicht so krass glitzerig ist. Sondern einfach ein bisschen, ein bisschen natürlicher. Oder ihr benutzt ihn punktuell als Highlighter und habt so einen ganz minimalistischen Highlighter. Ich liebe das wirklich komplett im Gesicht. Könnte für manche ein bisschen zu viel sein. Aber es passt halt in Kombination mit dieser Valeda Creme sehr, sehr gut, finde ich. Da ich jetzt noch ein bisschen Blass um die Nase herum aussehe, nehme ich tatsache noch ein Produkt. Und das ist von Catrice. Holiday Skin. Die Bronze & Glow Palette. Allerdings muss ich sagen, also mittlerweile würde ich es gar nicht mehr unbedingt so als krasses Dupe bezeichnen. Aber es ist ein gutes Produkt. Und das ist der Bronzer. Und da mische ich auch wieder hier den Highlighter mit rein. Ihr habt entweder Bronzer und Highlighter oder ihr mischt es einfach. Und ihr braucht nicht viel. Nur so ein bisschen. Das ist sehr, 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 sehr pigmentiert. Und ich habe meine Base ja jetzt nicht richtig gesettet. Das gibt schon so ein bisschen Wärme ins Gesicht. Der ist warm. Also das ist kein Bronzer für kühle Mäuse. Sondern der ist schon sehr warm. Und in Kombination mit diesem orange-stichigen Blush von L'Occitane ist das ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich nehme das tatsache einfach an dieselben Stellen wie den Blush. Weil ich dann wieder dieses, uh, die Haut ist natürlich, aber so ein bisschen gebräunt. Seht ihr, was ich meine? Im Vergleich zu vorher sieht man natürlich, dass ich Make-up drauf habe. Ich habe ja auch Geld dafür ausgegeben. Ich will, dass du siehst, dass ich Make-up drauf habe. Aber das Gesamtergebnis ist halt so ein bisschen, ein bisschen subtiler. Das ist aber gleich weg. Vertraut mir. Ihr könnt dann natürlich auch punktuell mit dem Highlighter noch so ein bisschen arbeiten. Auch hier ein bisschen überall mit hin. Und das ist alles sehr, sehr clean-girl-ästhetisch. Ich mag das Wort nicht. Ich finde, das ist super exklusiv und nicht inklusiv. Aber ich glaube, ihr kennt oder Vanilla Girls oder so. Ich kann das nicht mehr hören. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Das begrenzt halt sehr, weil es halt sehr... Es ist nicht so inklusiv, aber ich glaube, ihr könnt mit dem Begriff alle mittlerweile was anfangen. Liebe, liebe, liebe die Base. Ich habe aber noch was für die Lippen. Zwei Produkte. Ebenfalls von Catrice. Einmal sind das die Intense Matte Lip Pants. Die sind, finde ich, ein bisschen unpraktisch, weil es sind halt so Jumbo-Sticks. Habe ich auch gedacht, dass wir über die hinweg sind. Ich habe tatsächlich einen Anspitzer von Essence und die Farbe ist genial. In der Farbe Mokka Me Happy. Ein sehr, sehr kühler, so ein bisschen nudiger Ton, aber sehr pigmentiert. Gehe ich einfach nicht überall lang, sondern nur oben an meinem Lippenbogen und ziehe das gar nicht bis nach unten. Ein bisschen ins Zentrum. Und hier unten. Das macht die Lippe so ein bisschen größer. Und ich finde dadurch, dass das so ein... Das ist halt so ein Produkt, das benutzt du, wenn du wirklich nicht dir viele Gedanken machen willst. Das ist nicht präzise. Das ist nicht genau. Aber das hat halt eine schöne Farbabgabe. Ist sogar made in German. Made in Brasilien. Okay. Ich mag die Farbe gerne. Die kommt meiner Lippenfarbe sehr nah. Im Sommer finde ich so ein bisschen dunkler, ein bisschen kühler. Aber wir brauchen einen kleinen Pop. Und dafür sind diese Plumpet Lip Booster sehr gut. Ich mag eigentlich Plumpet Produkte nicht so gerne, weil sie mir wehtun. Der ist aber echt zart. Das ist ebenfalls von Catrice der Overdose on Confidence in Hot Pink. Und das ist jetzt so ein bisschen konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe. Diesen super natural, super natürlichen Look. Aber dieses Pink dazu. Nur aus Zentrum. Es gibt wieder so ein bisschen Farbe zurück und ein bisschen Bewegung. Und passt sehr, sehr, sehr gut zum Rest des Make-ups, oder? Und jetzt vielleicht einen braunen Liner, eine zarte Mascara mit dem Oberteil. Super. Kannst du rausgehen. Und wenn ihr nicht so viel quatscht beim Schminken wie ich, seid ihr in sieben Minuten fertig. Ich habe noch eine Mascara, mit der stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist die Lash Like a Boss Mascara. Instant Curl and Lift von Essence. Ich liebe das Bürstchen. Ich finde sie aber... Ich komme damit einen Tag aus. Und dann ist sie abends aber auch wirklich so, dass ich sage, jetzt wird es Zeit, sie wieder abzunehmen. Ich finde manchmal, es kommt aber so ein bisschen aufs Wetter drauf an, dass sie etwas bröckelig ist irgendwann. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht ein Setting Spray rüber mache, was die Mascara nicht verwende. Deswegen will ich heute mal keins benutzen. Aber es ist wirklich eine sehr gute Mascara. Auch hier. Die macht nichts Spektakuläres. Die macht einfach nur schöne, natürliche, ein bisschen dickere Wimpern und tief, tief schwarz. Und das waren meine Drogerie-Favoriten aus dem Februar. Ich fand, das wird immer so ein bisschen natürlicher. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich Ende Dezember dieses Jahr haben wir ja nichts mehr im Gesicht. Weil es wird sehr natürlich, es wird leicht. Und dann kommt halt Kat Von D mit Tapezierpaste raus. Bin ich gespannt. Ich mag das ganz gerne und ich bin sehr gespannt, wo das Jahr noch hinführt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, dass der Februar jetzt schon wieder durch ist. Es ist einfach... Die Zeit rennt, Freunde. Genießt jede Sekunde. Ich küsse euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt euch auf.